Ein interessantes nächstes Ziel. Ja, die KI kommt meistens überall durch. Schiffe bauen. Ein schrecklicher Gedanke. Ich halte eine schlagkräftige Flotte. Oh, da kannst du mal wieder rausgehen. Eine schlagkräftige Flotte ist halt nach einer Ewigkeit. Ich will wahrscheinlich was Militärisches. Weil ich bräuchte irgendwie Stärke. Ich bin aktuell noch sehr unentschlossen, was ich mit meinen Ideen mache. Hier hoffe ich eigentlich hauptsächlich auf Events. Wahrscheinlich sollte ich sogar eher Humanismus nehmen. Ich weiß gar nicht, wer von beiden die höhere Wahrscheinlichkeit auf Dings hat. Also hier haben wir Hochebenen. Hier ist ein bisschen Steppe, Küstenwüste, Berge. Mehr Hochebenen. Unten geht's mehr Küste, Savanne. Die dreckige Savanne. Kaffa. Da könnte ich Azurern einladen. Aber sie sind aktuell an dem Krieg. Und bald habe ich genügend. Also wenn sie mal den Krieg hier fertig sind, könnte man ja auch überlegen, ob man Äthiopien mit Azurern angreift. Aber die sind wahrscheinlich stärker als wir. Und ich habe offenbar irgendwo mal ein Regiment verloren. Ähm... Äthiopien. Obwohl er mit Äh ja nicht umgehen kann. Ist so genial diese Funktion. Kaffa. 22.000. Und wir hätten mehr Truppen. Jetzt muss erst mal so mal die Frieden machen. Dann schauen wir weiter. Infanterie bauen. Habe ich noch zwei Kavallerie. Dann brauche ich aktuell noch nicht mehr Kavallerie. Hey, ich bin auf der Halbünsel. Äh, was ist denn meine 60? Dachte ich es mir. Braucht man auch nicht wirklich mehr Dingsbarn. Mein Thronfolger ist gestorben. Da war der andere ja noch besser. Der ist immerhin nur fünf. Vielleicht kriege ich eine Regentschaft. Wobei ich kann wahrscheinlich keine Regentschaft haben. Kann das sein? Doch kann ich. Nee, ich kriege kein Kind, kann Kahn sein, oder? Ich glaube, ich kriege kein Kind, kann Kahn sein, wenn jetzt der Herrscher stirbt, oder? Ich kriege nicht die Sultane an die Macht. Ich könnte ja etwas Event bekommen, dass sie sich dem an die Macht... Nee, stimmt, kann ich jetzt zumindest die Regentschaft sein. Ich will immer eine Rolle werden. Ich frage es, ob man es eventuell aus Prinzip nicht tut, weil es zu mächtig ist. Aber Rolle sein ist immer toll. Können wir eine jüdische Theokratie werden, theoretisch? Müsste hier unten ein Dings dann, oder? Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, Tigray. Weiß ich gerade nicht, ob mir das nicht eventuell... Ich weiß, ich könnte somalisch werden. Weil meine Hauptkultur halt auch nicht mehr wirklich stark ist. Kostet nur 99 Tipppunkte, mehr nicht. Könnte man meduinisch eigentlich fast rausschmeißen. Fast. Wahrscheinlich reicht es nicht mal, oder? Steht dann natürlich wieder nicht. Ich könnte beduinisch als akzeptierte Kultur rausschmeißen. Das ist eigentlich die Frage, ob sich das eventuell lohnt. Das ist nämlich nicht die stärkste Kulturgruppe. Und es ist zwar nicht wenig Land, aber es ist halt alles schlecht davon. So beduinisch als Kulturgruppe zu haben, ist tatsächlich nicht wirklich sinnvoll. Somalisch akzeptiere ich die gesamte Kulturgruppe hier. Also ein bisschen mit. Aktuell akzeptiere ich Hitchashisch ein bisschen mit von dem, was ich hier habe. Na ja, gut, da ist aber ja viel ägyptisch und so noch alles mit dabei. Das ist eine gute Kulturgruppe, was eigentlich dafür spricht, das zu behalten. Weil wenn ich mal reich bin, dann akzeptiere ich das ja alles. Also die Gruppe ist eigentlich stark, das stimmt. Wahrscheinlich lohnt es sich tatsächlich, sie zu behalten. Alle meine Dinger kosten. Achso, weil ich sie nicht zahlen würde, oder? Charabien. Anwende meine Kors mal fertig. Das dauert ja Jahre. Jahre über Jahre über Jahre. Der pure Wahnsinn ist das. Aber Rebellen habe ich keine. Sehr schön. Belutschistan, Wissensaustausch, Hasa. Hasa hat die Renaissance. Wir müssen ihnen nacheilen. Wie viele Entwicklungen habe ich denn insgesamt? 128. Das heißt, davon hat bald ein Drittel, fast. Eher ein Viertel. Die Renaissance. Ja, einen Englund haben sie das ja extra gemacht, damit der König sich scheiden kann. Verdammt, jetzt ist mein Geld weg. Ich habe bald wieder Prestige. Schauen wir mal, ob ein Punkt noch reicht. Ich schätze mal, dass wir auf 99 irgendwas landen werden. Come on. Stimmt, ich habe viel Autonomie. Da hast du auch recht. Es ist sogar gereicht, würde damit gerechnet. Ich brauche nur 124 Dukaten. Ich brauche Münzen. Ich würde immer und überall Provinzen. Ich bin so mächtig. Ich habe so viel Geld. Es wird eigentlich kein Geld für Truppen ausgeben, wenn ich mir endlich das hier kaufen würde. Was kriege ich denn für Korruption? 67. Zwei Darlehen und ich hätte es. Zwei Korruption, zwei Darlehen und hätte ich es. Das ist eventuell gar kein Geld. Also eins nehme ich wahrscheinlich und das andere spare ich mir an, weil ich bin ja so reich. Na, ein Darlehen und eins spare ich mir an. Dauert ja auch nur ein paar Monate. Gut. Oh man. Krieger klären. Warum nicht? Timuridner, ich habe 160 Schulden. Ich hätte bei Mario, ich sehe Mario, die übrigens auch hervorgehoben hat. So muss tatsächlich nicht Add Legendary Mario und angeben Mario da einreicht. Dann sehe ich es auch schon mal abgestimmt verstanden, dass wir nicht so viele Nachrichten haben, dass ich nicht eh alles sehe, oder fast alles sehen würde. Genau, Punkt ausarmen. So, Hormuz, ich habe gehört, der Marmelucke will dir nicht helfen. Kann man kurz probieren. Lustigerweise hilft er mir gegen Hormuz, wenn ich ihm Land verspreche. Timi gegen Marmelucke ist halt eine schlechte Idee. Oh, die Osmaner hat eine kleine Grenze mit Marmelucke. Sehr schön. Krieg gegen Marmelucke. Das ist tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Das Problem ist, dass halt die ganzen Verbündeten hier unten bei mir sind und die würden mich halt ganz schön zusammenquetschen hier. Also ich müsste vor allem irgendwie... Ja, das Problem ist, der Osmaner würde die Marmelucke töten. Der Timi und ich würden wahrscheinlich die arabische Halbinsel töten. Wie geht es denn dem Osmanen? Ich will ja endlich einen Button haben, dass man das entfernen kann. Ich hoffe, ich habe ihn rein... rein modden kann. Der Osmaner hat auch nur 43.000 Mann. Ja, schaffen würde er ihn schon, aber den Boden putzen würde er wahrscheinlich... Er hat sogar noch weniger Mann als der Osmaner. Ja, da muss man noch ein bisschen warten. Das ist die Standard-Wahlgrenze. Das ist nicht der Worst-Case, das ist der Worst-Case, aber das ist auch der wahrscheinlichste Case. Ja, nee, nee, da müssen wir schon... Also ich will auch Haser vorher irgendwie rausnehmen. Belutsches haben wir denn in meinen Augen die optimale Dings, aber... Der Timi ist da irgendwie nicht dafür zu haben. Come on! Idiot. Ich opiere ihn. Das würden wir wahrscheinlich irgendwann mal tun. Habe ich da eine Chance, mit der Reputation dagegen zu wirken? Bräuchte ich zwei und die kriege ich halt nicht. Wenn ich einen Berater hätte, würde ich bloß eins kriegen, aber ich habe ihn halt nicht mehr. Dann habe ich aktuell kein Kriegsziel. Warum finde ich Haser nicht, weil es mir zwei A schreibt? Haser, you stupid idiot. Das ist auch eine seltene Situation, dass ich Kors zurückerobern muss. Interessiert mich nicht. Ich hoffe, wir haben keinen Waffenstillstand mehr seit geraumer Zeit. Nicht mehr, aber wir können uns halt auch nicht wirklich gegenseitig angreifen. Aber bald denke ich, bald. Wann kann ich Alumin eigentlich annektieren? In zehn Jahren. Bis dahin haben sie ja wahrscheinlich wieder Bündnisse. Passt auf Marmalucke... Ja gut, wenn der Marmalucke Frieden erzwingt, dann habe ich halt verloren. Das ist klar. Dann muss ich raus. Möglich. Aber er müsste Beziehungen verbessern. Mal gucken. Wir werden sehen. Was sagt Mara zur Annexion? Dass wir dagegen sind? Oder dass ich sie angreifen kann? Ist wegen Timurin blöd. Leider gesagt, geraumer Zeit das gleiche Problem. Also wie gesagt, so lange Zeit der Entdeckung und noch läuft, fingiere ich mich jetzt mal durch Indien durch. Man weiß nie, was für Schwachsinn passiert. Der Pferdwimpel sagt mir, dass ich hier auf den Button klicken darf. Der ist schlecht. Ich könnte mir eigentlich ein paar Kavalleristen von dir geben lassen. Mein zwei könnte ich mir durchaus behalten. Ist irgendwie auch ein bisschen blöd, dass ich davon dann irgendwie vier auflöse. Aber wieder zwei behalte ich. Das sind halt leider zu viele. Ich bin auch zu früh dran, kommt mir gerade. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich meine Ansprüche habe. 10 zu 4. Will ich überhaupt mehr Pferde? Ne, ich brauche bald vier Pferde auf jeden Fall. Also meinst du jetzt insgesamt davon in 6 ist jetzt die Frage? Schauen wir mal. Vielleicht hätte ich volle Mainpower. Ich weiß nicht, ob du gerade nicht mehr genauer gegangen bist, aber ich glaube nicht viel. Ne, wir bleiben bei 10 zu 5. Schauen wir mal, wie schnell die Kavallerie weg stirbt. Well, I guess, we won't know. Sie versprechen uns territoriale Gebiete. Das ist gut. Ich sollte ihnen die Belagerungen hier möglichst abzweigen, dass sie nicht viel nehmen können. Jetzt hätte ich mir jetzt eigentlich nicht wirklich Kriegssteuer nehmen brauchen. Perfekt. Schauen wir mal, sie belagern Harrier. Sammelt ihr euch mal, weil Harrier hätte gerne ich gehabt. Jetzt hat sich gerade, das Jemen hat 13.000, aber es ist der Jemen. Der Jemen ist doch dabei. Das hätte ich machen müssen, bevor der Krieg anfängt. Ich bin so ein Idiot, das vergesse ich immer wieder. Ich kann mich finden. Ich bin da. Amen. Wer hat die bitte beansprucht? Achso, ihr beansprucht einfach mal beide komplett Äthiopien. Ne, Moment, tu dir nicht. Ich bin gerade... Gott, manchmal stelle ich mich aber auch an. Du willst das? Ach, Simil will alles. Ha! Simil hat Ideen. Natürlich wird meine Hauptstadt belagert. Hier hinten ist keine Festung mehr. Wie gut kann ich mich hier bewegen? Hm, gar nicht. Hm. Natürlich, ich bin gerade erst... Ach, das ist eure Hauptstadt geworden? Ihr habt Gondar aufgegeben? Dreckskerle. Warum läuft da eine reine Kavalleriearmee rum? Und warum tut der Jemen nix? Gegenfallgeweiße, Jemen being anediert hier. Nein, nein, nein. Bleib da stehen, du belagerst es mit aller Gewalt. Genau, Jemen belagert du das. Ja, schon, gell? Die Kavallerie war echt interessant, weil ich gerade so viel habe, gell? Okay, die belagern Harriere ewig schnell. Schneller als ich. Schäber aus irgendwelchen Gründen. Die Kanonen? Ich sollte mal Kanonen bauen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Theopien gerade hinläuft. Ich glaube, die laufen irgendwie dahin, über irgendwelche 5000 Umwege. Äh, Semien, was macht Semien gerade außer gar nichts? Gar nichts. Das ist nämlich der Jemen, nicht Semien, das ist mir gerade aufgefallen. Okay, ich kriege definitiv nicht Harriere. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass die jetzt belagern und sich danach irgendwie um den Scheiß da kümmern, weil wenn sie es nicht, sonst fällt meine Hauptstadt, da habe ich echt halt keinen Bock drauf. Der Jemen ist being an idiot, but wow. Übrigens hätte ich da ganz gerne einen mehr. Ist Kaffa dabei? Eben nicht, ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie sind die nicht eingeladen worden. So, Semien. Wie wäre es, wenn ihr mal was Wichtiges tut und Richtung meine Hauptstadt marschiert? Sieht gut aus, was ihr da macht. Aber ihr marschiert nur zum Kriegsziel, meine Hauptstadt ist euch vollkommen egal. Mag mal irgendjemand von euch meine Hauptstadt angreifen, ihr dreckigen Verräter. Das war so klar. Niemand interessiert meine Hauptstadt. Sie sind genauso schlechte Verbündete, wie ich gegenüber ihnen bin. Ah, okay. I hate all of you, wollte ich nochmal am Ende haben. So, alles schlecht. Was kann ich hier machen? Händler bloß eins. Spare ich mir mal kurz auf. So, jetzt muss endlich mal die Hauptstadt fallen. Ich meine, die hat eigentlich die Hauptstadt bei dem Vierer Belagungsanführer noch nicht gefallen. Das ist eh ein Witz, ehrlich gesagt. Die hätte echt viel früher fallen müssen eigentlich. Die Frage ist, was mache ich mit dem Händler? Ich habe nicht wirklich was Sinnvolles, wo ich ihn hinschicken kann. Ich kann ihn irgendwie hier tun, aber da ist schon einer drin. Und ich brauche hier nirgendwo wirklich abschöpfen. Mal gesagt, ich kann ihn da reinstellen. Aber die 50 Verwaltungsmacht hat das jetzt nicht wirklich gelohnt, in meinen Augen. Okay, ich habe keine Ahnung, ich wollte immer alles da oben belagern. Ich habe Humanismus nur für Events genommen. Ich hoffe auf Konvertierungsevents, aber das Spiel hat keine Lust. So, eigentlich sollte ich jetzt einen Separatfrieden machen. Ach, weil die Bärberer halten. Ich kann gerade sagen, wie kann das sein, dass ich so wenig Wurst gehabt habe. Das ist doch Schwachsinn. Aber Bärberer tut natürlich weh. Und der Likon hat ja auch Konvertierungsevents. Ja, ich habe jetzt meinen Belagungsanführer reingestellt. Schauen wir mal, ob wir es blockieren können. Und die Antwort ist Nein. Nein. Der Jemen könnte es blockieren, der will noch nicht. Irgendwie ist die KI wieder nicht auf meiner Seite. Ich finde es auch geil, dass hier hinten dieses Land belagert. Litauen ist schon immer frei gewesen. Die hatten die PU nicht am Anfang auch schon. Leider wurde Bessarabien annektiert. Ungarn ist, stirbt. Böhmen wird größer. Die Stadt Trawunen hat aus irgendeinem Grund drei Provinzen und keine Verbündeten. Kastilien hat Burgund geerbt. Very interesting. Polen stirbt gegen Österreich. Und der Osman ist aus irgendeinem Grund gerade irgendwie nicht so richtig genial. Ich glaube, wenn meine Hauptstadt fällt, mache ich einen Separatfrieden. Und schaue, wie sehr mich Aschuran dafür hasst. Ich hoffe, ich habe dafür nicht wirklich viel Warscore verloren. Ernsthaft? Ich habe minus 13 Warscore für die billigsten Provinzen, die es in meinem Land gibt. Der Wahnsinn. 56. Das sind auch 59. Ich finde es erstens viel zu wenig. Ich finde es echt lächerlich, dass die Provinzen da oben so viel wert sind. Für Entwicklung sind es zusammen. 7, 11, 14, 17, 21. Na gut. Ich habe halt auch nicht viel. Ja, wahrscheinlich passt es schon. Wahrscheinlich passt es schon. Doch, Äthiopien interessiert das. Die Frage ist halt, will ich mein Vertrauen mit Aschuran senken. Und ich glaube, dass die Antwort Nein ist. Nein. Nein. Ich meine, sie können nicht viel für sich selber nehmen. Sie können nur 20 Warscore für sich selber nehmen. Das heißt, ich habe durchaus Chancen, dass ich was kriege. Worauf ich halt wenig Chancen habe, ist, dass ich eine Grenze mit Kaffer kriege, was halt geil wäre. Weil wahrscheinlich müssen wir gar nicht so viel bringen, aber die werden halt gerade so schön angreifbar. Ich schaue mal, wie fair die KI sein wird. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler. Wird der Goya frei. Kommen wir wieder zu dem Punkt, dass die KI viel zu lange keinen Frieden macht. Die KI kann jederzeit 100% Frieden machen. Sie hat echt nichts, worauf sie wartet. Außer, dass ich warten kann, wie ich belagert werde, weil keiner meine Belagerungen auflösen will. Weil der Jemen, glaube ich, gerade hoch geht. Er ist jetzt 98% niedrig. Der kann 100% Frieden machen, er will noch nicht. Man könnte Humanismus behalten. ist definitiv mächtig, wäre auch hilfreich, aber ich werde in einer Kampagne, der es darum geht, möglichst viele Provinzen zu konvertieren. Nicht Humanismus nehmen. Aus Pro-Pro-Prinzip nicht. Ne, das will ich nicht sehen, ich will 18 Gefälligkeiten. 18 Gefälligkeiten bei ungefähr 50 Wars Kriegsbeteiligung. Ich schätze, ich habe vier Provinzen bekommen. Drei. Der hat Dammort freigelassen, deswegen habe ich auch einen Frieden mit dir. Nein, nur mit Aschode in Äthiopien. Zwischen Skoll und mir. Drei Provinzen. Ja, sie haben natürlich ihre zwei genommen. Sie haben was an Alodien abgetreten, interessant. Zwei, oh Gott, die haben wir echt niedergemacht. Zehn Machtprojektionen aber nur, okay. Oh, und sieben hat den Provinzen bekommen. Dann hatte ich ja mit vier recht. Hahaha. Nicht, dass ich... Können sie halt nicht mehr. Ach, Äthiopien. Jussack. Dann fingiere ich jetzt Ansprüche auf Hadia. Wahrscheinlich werden sie bald einen Verbündeten bekommen, aber wir werden sehen. Und wahrscheinlich bin ich jetzt... Ich habe mein Durchmarschrecht an durch den Jemen verloren. Du bist immer noch mit Hasa verbündet, dann würde ich jetzt sagen, ist jetzt ein Krieg gegen Hasa. Auf der Tagesordnung. Kriege ich da Hilfe? Warum hilft mir da Aschura nicht? Krieg weit weg. Ach, also manchmal ist das Spiel schon lächerlich. Ganz ehrlich. Manchmal ist das Spiel einfach lächerlich. Tut mir echt leid, aber... Das als Krieg weit weg zu besagen mit 120 ist einfach lächerlich. Wie viel bin ich im Minus gar nicht? Wie viel bin ich für Verstärkung? Gott, bin ich wieder arm geworden. Meine Armee ist zu groß. Koren sei eine gute Idee. Ich kann keinen Müllteck nehmen. Ich könnte eine militärische Idee haben, aber ich kann eh noch nicht die erste kaufen. Und ich weiß auch nicht, ob ich nicht einfach direkt acht forsche, wenn ich kann. Eine Kanone bauen. Wenn ich Geld hätte, wäre das eine Idee. Aber ich habe kein Geld. Ich weiß nicht, ob ich weit weg nicht über die Entfernung der Hauptstadt berechnet. Grinch passt schon. Sehr schön. Wie viele Truppen hat ein Haser? Acht. Wenn ich drei hier stehen lasse, kann ich mit 12.000 gegen Haser ziehen. Weiß nicht, ob ich das will, dass ich hier 3.000 in der Hauptstadt stehen lasse. Stimmt, die haben ihre Hauptstadt da unten. Ja, auch ein Faktor mit Sicherheit. Ich fände es trotzdem übertrieben. Also ich würde noch irgendeine Kriegsmöglichkeit allein schon nicht mitmachen. Warum habt ihr wenig Vertrauen? Ich habe extra keinen Separatfrieden gemacht. Besser. Besser. Okay. Ich könnte ihn rausnehmen, aber irgendwie so richtig schaden tut er zur Zeit leider auch nicht. Israel kann man gar nicht gründen. Jerusalem können nur katholiken gründen. Und der jüdische Glaube ist vom Paradox nie wirklich gepflegt worden. Ich meine, er hat keine Features, er hat keine ernstzunehmenden Boni. Der ist halt eigentlich mehr ein Gag, wenn man so will. Das Judentum war, als es eingeführt wurde im Paradox, eine Heidenreligion. Die waren in der Religionsgruppe der Heiden drin am Anfang. So wenig hat sich Paradox dafür interessiert, was mit den Juden los ist. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich sehr froh bin, dass ich meine Hauptstadt verlegt habe. Weil ich seit da oben, da würde sie mich nur stören. Weil ich da einfach so viel Kriegsmöglichkeit abkriegen würde, weil meine Hauptstadt belagert ist die ganze Zeit. Ich weiß ja nicht, wo die Bescheisten hin sind. Ich weiß nicht, was du mit deinen Fackelmärchen umkreuzen müsstest, aber ja, Paradox ist in Schweden. Stockholm, um genau zu sein. Ja, du hast keine jüdischen Provinzen gibt, ist ja sinnvoll. Ich meine, um mehr Juden im Spiel zu haben, müsste EU4 halt Minderheiten simulieren. Das tut es halt einfach nicht. Äh, Mayo in Texas versucht das ja. Hier haben wir diese Submod drin, die das irgendwie macht. Aber, wie gesagt, EU4 allein tut es halt einfach nicht. So, Jemen, du hasst mich doch so sehr, dass du Hasa durchmarschrecht gibst. Ich habe auf jeden Fall durchmarschrecht durch den Marmeluk. Ich könnte also hier irgendwie landen. Ganz ehrlich, wer hat das nicht? Aber Schweden hat kein überproportionales, wahrscheinlich noch ein vergleichsweise geringes. Weil sie ihre Sozialdemokraten haben, die lustiger sind, der Name der rechten Partei ist in Schweden. Oder waren es die Mitteldemokraten? Auf jeden Fall ein total unschuldig klingender Name eigentlich bei denen. Weil es ja häufiger ist. Ich glaube, die laufen jetzt da oben rum, um mich anzugreifen. Weil ich eh bald wieder was koren muss. Aber es dauert noch ein bisschen, bis dahin habe ich wahrscheinlich. So viel koren werde ich wahrscheinlich nicht. Hauptsächlich wollte ich halt verändern, dass ich keine Punkte habe, wenn der Krieg fertig ist und nicht was koren muss. Hätte nicht wirklich was geändert. Oh Gott, ich habe noch nicht mal die... Oh, die Rennensauce habe ich. Okay. Michstens etwas. So. Ja, ein Problem, das ich in diesem Krieg jetzt tatsächlich habe, ist, dass... Beja es ja komplett geschafft hat, nicht gegen mich zu kämpfen. Und ich damit leider nie einen Teil der gegnerischen Streitmächte vernichten konnte. So.